Happy Welcome in unseren heiligen Hallen am See in Lindau am Bodensee. Wir bieten diese an für Fotoshootings und Filmaufnahmen. Wir haben hier über 300 Quadratmeter Fläche und eine Höhe von 10 Metern mit einem Atrium, das uns unfassbar schöne Lichtverhältnisse beschert. Wir sind Interieurdesigner und bieten ein Equipment an, das immens ist. Es beginnt bei exquisiten Antiquitäten, neuem Design, vor allem Vitra-Design, aber auch dänisches Design. Außerdem bieten wir Full-Service an mit Catering. Euer Team wird bekocht, becatert. Wir haben auch Stylisten zur Verfügung, genauso wie Make-up and Hair Artists. Ihr könnt die Räume halbtags oder ganztags oder wochenweise mieten. Ganz speziell hier hinten unsere Rampe direkt an den Gleisen, einige hundert Meter lang, die uns das Urbani Flair schenkt. Und jetzt nochmal von oben seht ihr die Nähe zum See. Dort finden wir einen wunderbaren Steckvor, auf dem auch tolle Aufnahmen gemacht werden können. Ich freue mich auf euch, meldet euch. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns einfach an. Wir sehen uns auf bald. Bye, bye.